Hey, suchst du Arschloch mich? Ich vergab mich zu langweilen. Wer hat dich geschickt? Ich sage dir kein verdammtes Wort! Ich hab nichts gesehen, ich schwöre es! Okay. Okay, genug. Du willst wissen, wer mich geschickt hat? Cobin, André Cobin. Handelt mit Drogen, Waffen, mit allem, was die Leute so wollen. Das reicht mir nicht. Warum will Cobin mich umlegen? Wenn ich rede... Er saß am Steuer. Er hat seine Tochter angefahren. Er hat damit angegeben. Er hat gehört, dass du ihn suchst und mich bezahlt, damit ich dich umlege. Solltest du ihm sein Geld zurückerstatten? Wo finde ich den Kerl? Ich kann er nicht. Ich kann er nicht. In der Stadt, im weiten Museum in der King George Street. Da wohnt er. Es stehen Wachen davor und an den Seiten. Sag ihm nicht. Sag ihm nicht, dass du's von mir hast! Warum sollte ich so was Gemeines tun? Schlechte Neuigkeiten. Fischer war bei Cobin. Und? Der interessiert sich nur für das, was mit seiner Tochter passiert ist. Cobin hat gesungen. Alles erzählt. Fischer kommt her und er ist nicht sehr glücklich. Von mir aus hätte Cobin auch jodeln können. Fischer wird nichts herausfinden, wenn sie ihre Arbeit machen und ihn töten, bevor ihr den EMPs in die Quere kommt. Klar? Was ist mit Autos? Während des EMP-Impulses in abgeschafften Folgen stehen, funktionieren weiterhin. Alles aus drauf? Hä? Was? Gar nicht. Sorgte eine Ahnung, wie es läuft? Leflore sagt, dass ihr Weißkittel noch daran an... Korrekt! Sorgte eine Ahnung, wie es läuft. Sorgte eine Ahnung, wie es läuft. Achtung, Peter! Hab nichts gefunden! Mist! Das war ein Vorschlag! Dem ist kein Schnapp hier! Wow! Test jetzt später! Das war ein Vorschlag! Test von Reiter beginnt! Nein! Nein! Ah! Nein! 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 Bitte nicht! Wie blöd sind Sie eigentlich? Dachten Sie, ich würde nicht merken, dass Sie die Systeme sabotieren? Bitte! Ich lasse mich! Glaubst du, dass er hier durchkommen wird? Würde am meisten Sinn ergeben. Wenn er hier ist, dann ist er hier, um den fetten Brummer zu deaktivieren. Und das geht am schnellsten, wenn er hier lang geht. Dann sehen wir Pischer noch früh genug. Pischer ist überbewertet. Vorhersehbar. Sagt du ihm das, wenn er hier vorbeikommt? Wenn er hier ist, kannst du mit ihm reden. Ich für meinen Teil knall ihn ab. Genug von diesem Pischermist. In weniger als einer Stunde wird die... Kontakt! Person gesichert! Das gefällt mir nicht. Position halten! Negativ. Zielbereich nicht sicher. Position halten! Position halten! Wir warten hier auf ihn! Das sieht nicht gut aus! Stellung halten! Oh, verdammt! Position des Ziels unbekannt! Wir warten! Hier sind noch die Weihung. Halt! wir warten hier zeigen sie sich fischer sonst ist sie dort halt wir warten hier auf ihn position halten wiederhole position halten wartet das könnte ein hinterhalt sein scheiße kommen sie fischer sie warten so weißt du was fischer du kommst zu spät zu spät für sie zu spät um zu stoppen was geschehen wird geber auf stirbt dann hast du es hinter dir genau wie deine kleine tolle so Untertitelung des ZDF für funk, 2017